Und da sind wir auch wieder zurück zu Ocarina of Time. Ich war noch ein paar Rubine sammeln und im Koron-Shop haben wir natürlich immer Bomben geholt und Pfeile. Man weiß ja nie, was einem dort erwartet. So, jetzt erstmal hier gucken. Wie kommen wir denn hier rein? Jetzt geht mir hier gar nichts was spielen. Ah, nee. Ich kann die Figur verschieben. Okay, da kann unser Abenteuer ja beginnen. Todeskrater? Ich war jetzt der Meinung, wir wären im nächsten Tempel. Oh, ein Herzteil! Oh, das muss ich unbedingt haben. Nee, der Stein, der sieht auch aus, als könnte man ihn wegspringen. Echt jetzt? Der lässt sich nicht wegspringen? Okay, bevor ich die Brücke da runtergehe, gehe ich erstmal hier lang. Ich denke, ich muss wissen... Oh, hier sind aber überall Steine. Nee, ich glaube, mal wegspringen kann ich die nicht. Die sind ja ganz anders daraus. Ja, okay, nee, dann gehe ich erstmal da hinten rüber. Aber da fehlt ja auch die Hängebrücke. Ah, nee! Ah, nee, okay. Oh, schick. Die wahre Freundschaft wächst, je länger sie besteht. Sie wächst im Herzen und wird mit jeder Minute stärker. Die leidenschaftliche Blüte der Freundschaft, die jetzt schon in dir heift, wird dir weisen, weisen den richtigen Weg. Diese Melodie sei der Kraft der Freundschaft. Wir lauschen nun dem Bolero des Feuers. Ah, neues Lied. Oh je. Bolero des Feuers. Äh... Jetzt hätte ich mich fast verzippt. Du hast den Bolero des Feuers erlernt. Wieder ein neues Lied in unserer Liste. Es werden immer mehr unten. Link, wir werden uns wiedersehen. Jedes Mal, wenn Link versucht, das Gesicht zu erkennen, putzschick ab. Das ist eine Plattform. Oh, das sieht aus, wie die Mädchen nix trägt all hier. Oh, da drüben ist ein Herz. Hier sind zwei Stück, ja? Zwei Stück? Aber wie komme ich da hin? Feuer zum Bol. Äh... Was ist denn Navi? Dieser... Ja, ja. Ich muss mich hier mal umgucken, bevor ich da... Was ist denn das? Oh. Komme ich dorthin, ja? Komme ich hier irgendwie hin? Oh, oh Gott, Gott, Gott. Was ist denn da? Oh, das ist ja der Rubine. Aber wie soll ich denn da hinkommen? Oha. Oh, nee, da... Das... Das geht natürlich nicht. Oh, Mensch, erschrecke ich mich immer. Ich muss das Herzteil haben. Beziehungsweise beide will ich haben. Das eine ist da oben, aber ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Das ist nämlich, äh... Jetzt wird sich ja link hier dran nicht. Nee, sag ich doch. Aber das... Moment mal. Moment mal. Hier kommt grad eine Idee. Oh, nein! Jetzt bin ich einfach weitergelaufen. Shit. Ah, okay, wir sind wieder am Anfang. Och, gut. Da ist das Herzteil. Ich will das Herzteil haben. Wahrscheinlich lässt sich der Stein hier nicht wegschießen. Bestimmt nicht. Nee. Okay, ich versuche jetzt mal so rüber zu springen. Entweder ich schaffe es oder ich, äh, schaffe es nicht. Boah, ich hab's tatsächlich geschafft. Ja, das Herzteil, wenn ich sehe, wie das flattert, ne? Hier sind überall diese Steine. Oh, ey, komm. Das da ist doch schon einladend. Nichts, das Tactics. Das geht aber schnell... Oh, du, 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 du. Das Zeug. Muss ich auf jeden Fall haben. Andi, das ist ja nur ein Fisch. Was ist denn jetzt hier bitte schön drin? Bomben? Na toll, hätte ich das gewusst, dass ich Bomben geschenkt bekomme, hätte ich es nicht kaufen brauchen. Okay, äh... Wie ich an das Herzteil da dran komme, da drüben weiß ich nicht, aber ich will mal was versuchen, bei dieser... Ja, genau, hier. Ja, ich hab's genau gewusst, dass der Link hier klettern kann. Also, ich hab's nicht gewusst, aber ich konnt's mir denken, weil die Wand ja halt, äh, anders da aussieht und da hab ich mir dann gedacht, komm, vielleicht kann er da dran klettern. Oh, wir haben ein nächstes Herzteil, ich find das geil. Okay, jetzt kann ich nicht runterfallen. So, jetzt versuch ich mal an die Rubine da ranzukommen, die da drüben sind. Ob ich dran komme, weiß ich nicht. Ich versuch's mal mit Rulter springen. Also, ich versuch genau darauf zu landen. Ob mir das natürlich klingt, das ist, äh, das ist natürlich eine andere Sache, ne? Oh, 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 was ist denn das? Was ist denn das hier? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh je, ob ich das schaffe Ob ich das schaffe Nein Ganz knapp, ganz knapp Schade Ich versuch's jetzt noch einmal Weil ich würde gerne die Rubini ja schon mitnehmen Komm, komm, komm Denn Rubine sind ja immer gut Vor allem, da wir jetzt 500 500 Rubine tragen können Müssten wir Also, ja, dann müssen wir schon ein paar Rubine sammeln Ich würde gerne Nicht hier rumlaufen ohne Rubine in der Tasche Okay, wo war denn das Ding nochmal? War das genau hier? Warum muss ich hier in die Spitze? Ich weiß es nicht Ich gehe jetzt mal hier ganz hoch Könnte es denn, dass es klappt? Könnte aber auch nicht sein, dass es nicht klappt Ja, ja, ja Ja, Link hat's geschafft So, jetzt komme ich hier nicht mehr runter Ja, ich bin nicht so rüber Aber das Herzteil, das da auf dem Berg noch hängt Wie auch immer Muss ich gucken So, ich will das definitiv haben Ich weiß aber nicht Naja, ich Naja Ich könnte es ja mal so versuchen Den kält sich daran nicht fest Das Herzteil werde ich mir auf jeden Fall noch merken Und definitiv holen Weil irgendeine Möglichkeit gibt's Dass ich da dran komme Ich weiß nicht wie Ich weiß noch nicht Wie ich das anstünde Aber ich werde es auf jeden Fall machen Oha, was ist denn das hier? Ein Gang nach unten Münchling springen runter Dass der immer so schreien muss Oha, was ist denn das hier? Oh, wir sind jetzt englisch im Feuertempel angekommen Wurde ja auch mal Zeit, ne? Okay, dann würde ich mal sagen Machen wir hier beim nächsten Mal weiter Und dann gucken wir mal, was uns im Feuertempel erwartet Bis zum nächsten Mal noch rein Ciao Ciao